Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, wir gehen in das dritte Jahr dieser Pandemie. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, was Sie zu Hause am Küchentisch mit Freunden und der Familie und Nachbarn und Kollegen besprechen. Aber ich spüre, es gibt so etwas wie eine Sehnsucht danach, dass es jetzt gut sein muss, dass es jetzt vorbei sein muss mit dieser Pandemie. Das ist so etwas wie eine amtliche Erklärung. Wir haben die Pandemie hinter uns gelassen. Aus diesem Gedanken entspringen auch viele Reden, auch der Vergangenheit, die davon handelten, dass Licht am Ende des Tunnels ist oder einige sogar den Freedom Day beschworen. Aber das werden Sie auch erlebt haben. Allzu oft war die Rede vom Licht am Ende des Tunnels dann doch nur der entgegenkommende Zug der nächsten Virusleute. So sehr ich die Sehnsucht verstehe, es geht uns allen nicht ganz anders, glaube ich aber dennoch, wir brauchen einen anderen Gedanken, einen alltagstauglicheren Gedanken im Umgang mit dieser Pandemie. Wir müssen akzeptieren und wir müssen verstehen, dieses Virus ist da und es wird nicht wieder weggehen. Covid-19 ist eine Krankheit. Eine Krankheit, wie viele andere, die regelmäßig wiederkommen. Und deshalb gibt es nur einen Weg, mit dieser Krankheit zu leben und nicht immer ständig gesellschaftliche Änderungen, gesellschaftliche Veränderungen im Sinne von Lockdowns und alles zu schließen zu machen. Und dieser Weg ist ausschließlich der Weg über das Impfen. Denn nur Impfen und mindernde Medikamente werden uns helfen, mit dieser Krankheit zu leben. Sie wird nicht einfach verschwinden. Und deshalb möchte ich auch diese Gelegenheit noch einmal nutzen, um Sie zu bitten und aufzurufen, gehen Sie impfen. Haben Sie sich noch gar nicht impfen lassen, dann machen Sie es bitte jetzt und schnell. Und diejenigen, die schon das zweite Mal geimpft sind, auch hier die Bitte, lassen Sie sich schnell auch die dritte Auffrischungsimpfung geben. Das wird uns helfen. Das wird uns helfen, dass Covid zwar da ist, aber wir unser Leben trotzdem weiterführen können. Und nach all der Zeit weiß ich, dass es eine Ermüdung gibt und dass man auch erschöpft ist von diesen ständigen Änderungen, die wir in den letzten zwei Jahren für unseren Alltag erleben mussten. Und deswegen ist das auch ein guter Zeitpunkt, auch mal Danke zu sagen. Ihnen allen ein ganz großes Dankeschön in dieser Stadt. Sie haben vom ersten Tag an dieser Pandemie Solidarität gezeigt, mit denjenigen, die nicht einkaufen gehen konnten, mit den Älteren, die nicht zu besuchen waren. Sie haben eine hohe Bereitschaft bereits an den Tag gelegt, sich impfen zu lassen. Sie haben immer gezeigt, dass Sie bereit sind, die Regeln, die sich ständig änderten und ihren Alltag beeinflussten und wirklich heftig auch beeinflussten, diese zu akzeptieren. Sie haben in der Familie im Arbeitszusammenhang immer wieder ihre Woche, ihren Tag umstellen müssen und es einfach getan. Dafür mein ganz großes Dankeschön, weil das hat dazu beigetragen, dass wir die Pandemie in dieser Stadt so gut gemeistert haben, wie wir sie gemeistert haben. Aber am Beginn eines Jahres geht es auch darum, darüber zu reden, was außer der Gesundheitskrise für diese Stadt noch wichtig ist. Und ich glaube fest daran, dass wir als Dortmunderinnen und Dortmunder einen Grund haben, mit einem neuen Optimismus und mit neuem Selbstvertrauen in die nächsten Jahre zu gehen. Ich weiß, wir in Dortmund vergleichen uns gerne. Insbesondere dann, wenn es darum geht, wie wir unsere Stadt eigentlich selber einschätzen sollen, schauen wir gerne, was andere über uns denken. Wie die Anerkennung in anderen Städten eigentlich ist. Die Tagespresse beleuchtet dann Rankings und versucht herauszukriegen, wo wir dann im Vergleich mit anderen stehen. Ich bin der festen Überzeugung, diese Form des Selbstvertrauens, der Anerkennung über Dritte brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben allen Grund, uns selbst zu vertrauen, im besten Sinne des Wortes. Denn es gibt dafür gute Gründe und Anhaltspunkte. Im letzten Jahr haben wir einen Preis erhalten. Die Europäische Union hat uns ausgezeichnet mit dem Preis, der Europäischen Innovationshauptstadt. Übrigens sind wir die erste deutsche Stadt, die diesen Preis überhaupt erhiert. Das allein sollte schon Hinweis genug sein, dass wir Selbstvertrauen haben können. Die Begründung der Europäischen Kommission allerdings ist noch mal ganz, ganz wichtig. Wir sind angetreten in Brüssel mit der Headline Innovation Next Door. Was so viel ausdrücken sollte wie Innovation kommt bei uns von nebenan. Das heißt, unser Selbstvertrauen hat ein klares Fundament. Nämlich das Fundament von Vertrauen, von Nähe, von gegenseitigem Kennen und Helfen. Wir hakeln uns hier unter und wir wollen, dass wir miteinander etwas schaffen. Das ist die zupackende Solidargemeinschaft, die das Fundament für dieses Selbstvertrauen auszeichnet. Das, genau das hat Brüssel mit seinem Preis und Sagen. Und dieses Selbstvertrauen fußt dann als zweites darauf, dass es mehr will. Denn wir müssen verstehen, dass diese Nachbarschaftsform, Nähe, Vertrauen genauso funktioniert bei der Nachbarschaft über dem Balkon, wie bei den Hightech-Unternehmen und deren Netzwerken. Weil die Idee ist die gleiche. Zusammen schaffen wir die Dinge. Alleine ist man schnell, am Ende seiner Möglichkeiten angekommen. Und dieses Fundament und dieses Selbstverständnis, das nimmt uns so schnell keiner. Und, und das ist fast noch besser, das macht uns so schnell auch niemand nach. Und wenn wir das dann als Drittes mit einem Selbstvertrauen verbinden, das anpacken will, das zeigen will, dass es aus diesem Fundament mehr machen will in den nächsten Jahren, dann glaube ich, sind wir gemeinsam genau auf dem richtigen Weg. Und deshalb ist das auch für mich Ansporn und Aufgabe und vielleicht für uns alle zusammen, aus dieser Stadt in den nächsten Jahren eben genau die Großstadt der Nachbarn zu machen, die wir sein können. Dafür gehört, dass wir in die Technik, in die Technik von nebenan, in die Alltagstechnik, die wir brauchen für unsere Infrastruktur, jetzt weiter massiv und deutlich investieren. Also den Ausbau des Nahverkehrs, unserer Stadtbahn, unserer H-Bahn, unserer Radwegesysteme, damit eine Verkehrsinfrastruktur dieser Stadt existiert und funktioniert, wie wir sie brauchen für unser alltägliches Leben, wenn wir nicht weiter ausschließlich auf das Auto angewiesen sein wollen. Und wir müssen investieren in Wohnungsbau, in moderne, in neue Wohnungen, die aber bezahlbar bleiben müssen. Und das wird die Herausforderung nicht nur in 2022, sondern in den nächsten vier, fünf Jahren sein. Über 2000 Wohnungen jedes Jahr müssen in dieser Stadt entstehen, damit wir alle davon sprechen können, ich finde auch die Wohnung, die zu mir passt und die mein Leben eben auch schön macht. Wir müssen weiter investieren in Kita, in Schulen, aber auch in Spielplätze vor der Haustür, in Aktionsräume für junge Menschen, die sich einfach gerne draußen treffen. Ob das Skate der Anlagen sind oder einfach freie Räume, wo Menschen, die noch keine 20 sind, sich treffen können, ohne andere zu stören und ohne reglementiert zu werden, das gehört zu dieser Großstadt dazu. Da wollen wir weiter investieren. Und natürlich gehört die Technikausstattung für moderne Schulen genauso dazu, wie der Ausbau von Glasfasern in dieser Stadt, damit die Datensicherheit genauso gegeben ist, wie die Sicherheit von Strom und Wasser in jedem Haushalt. Und das zusammen sind dann die Themen, die wir in den nächsten Jahren mit Millionen Investitionen bewegen werden. Und wenn Sie das zusammenführen mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dem Selbstverständnis von Nachbarschaft und Nähe, wenn Sie das zusammenführen, dann haben Sie die Großstadt der Nachbarn, die Dortmund dann ist und die Sie tatsächlich so schnell kein zweites Mal mehr in Europa finden. Das ist die Aufgabe, die wir in diesem Jahr vor uns haben. Eine Aufgabe, für die ich sehr gerne als Oberbürgermeister dieser Stadt arbeite. Und ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich auf Begegnung mit Ihnen und dass wir gemeinsam die Dinge bewegen können und anpacken können. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein erfolgreiches, aber vor allem natürlich auch ein gesundes, friedliches und erfüllendes Jahr für Sie. Alles Gute. behalte. Begegnung 그런데. Begegnung 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 Vielen Dank.